Ja, servus Leute. Es gibt positive Nachrichten von Tesla, auf die mich die Zuschauer Simon und Peter hingewiesen haben, wobei diese Nachricht vielleicht den ein oder anderen Tesla-Fahrer vor Wut in die Tischkante beißen lässt. Ich zeige euch mal, worum es genau geht. Electric.co berichtet jetzt, dass Tesla den Plan bestätigt hat, nächstes Jahr das Supercharger-Netzwerk für andere Autohersteller zu öffnen. Konkret hat Tesla laut Angaben von Electric.co dies gegenüber norwegischen Beamten bestätigt. Die Nachricht kommt inmitten mehrerer Gerüchte, dass Tesla sein äußerst wertvolles Schnellladernetzwerk für Elektrofahrzeuge öffnet. Weiter schreibt Electric.co, die Gerüchte über die Öffnung des Supercharger-Netzwerks durch Tesla häufen sich in letzter Zeit. Das kann ich bestätigen, habe ich auch an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder gelesen. Ein deutscher Beamter gab kürzlich bekannt, dass man mit Tesla Gespräche führt, um das Netzwerk für andere Autohersteller zu öffnen. Da geht es sicherlich um den Herrn Scheuer, unseren Verkehrsminister. Jetzt haben wir einen noch besseren Hinweis darauf, dass dies tatsächlich geschieht. Tesla hat mit einem Regierungsgremium des Bezirks Festland in Norwegen Kontakt aufgenommen, um Zugang zu Anreizen für die Bereitstellung von Ladestationen zu erhalten. Also mit anderen Worten, es geht um Fördermittel und das finde ich auch absolut berechtigt, dass Tesla sich hier um entsprechende Gelder bemüht, denn die anderen Ladesäulenbetreiber haben ja auch kräftig aus den Töpfen, aus den Fördertöpfen Mittel erhalten. In einem Elektrik vorliegenden Protokoll einer Ratssitzung bestätigten Regierungsbeamte, dass Tesla ihnen mitgeteilt hat, dass es plant, das Supercharger-Netzwerk bis September 2022 für andere Autohersteller zu öffnen und daher wohl zugestimmt wurde, dass Tesla die Anreize so lange erhält, wie sie ihre Anstrengungen, ihre Öffnung tatsächlich umsetzen. Und dieser Abschnitt stammt wohl tatsächlich aus diesem Protokoll. Voraussetzung für Leistungen ist, dass die Infrastruktur mit einem öffentlich zugänglichen Angebot entwickelt werden muss. Tesla beantragte Vergünstigungen für den Ausbau von fünf Schnellladestationen. Teslas Ladestationen sind heute nur für Tesla-Autos verfügbar, korrekt. Diese Art von Infrastruktur steht dann nur einer Gruppe und sonst nicht der Allgemeinheit zur Verfügung. Tesla beschreibt im Antrag, dass die entsprechenden Ladestationen dennoch ab dem dritten Quartal 2022 öffentlich zugänglich sein werden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Ladestationen für die Leistungen beantragt wurden, dann für die Regelungen in Frage kommen, sofern die Leistungen ausbezahlt werden, nachdem Tesla das Ladeangebot für alle Automarken spätestens Ende September 2022 öffnet. Bisschen holprig übersetzt, aber die Norweger gehen wohl davon aus, dass diese Ladestationen dann tatsächlich für alle Automarken zugänglich sind. Elektrek.co schreibt noch weiter, es ist unklar, ob es nur für Norwegen, Europa oder weltweit gilt, aber wie bereits erwähnt, führte Tesla kürzlich ähnliche Gespräche in Deutschland. Also Elektrek.co mutmaßt wohl, dass Deutschland als nächstes dran sein könnte, vielleicht auch 2022, 2023. Man muss aber bedenken, dass die Supercharger, so wie sie im Moment vorhanden sind, nicht geeignet sind, um alle Elektroautos zu laden. Hyundai Ioniq könnte vielleicht, wenn er falsch parkt, zum Beispiel dort geladen werden. Mein Mustang Mach-E zum Beispiel nicht, weil die Kabel einfach zu kurz sind. Für Tesla wäre es einfacher, das Netzwerk in Europa zu öffnen, schreibt Elektrek.co da noch, obwohl sein Supercharger-Netzwerk auch den CCS-Standard verwendet. Also die Gerüchteküche kocht ja schon seit geraumer Zeit. Das hier ist jetzt der erste konkrete Hinweis, der schriftgewordene Hinweis, dass in Europa das Supercharger-Netz in den nächsten Jahren tatsächlich geöffnet werden könnte. Und das wäre natürlich eine Riesensache, eine richtig tolle Sache für die Elektromobilität, weil das ist einfach das beste Ladenetz, was wir in Europa oder weltweit haben. Und wenn man das hinbekommt, das für alle Marken zu öffnen, kommen natürlich auch alle anderen Ladesäulenbetreiber unter Druck. Dann entsteht vielleicht mal so etwas wie Wettbewerb und sie müssen sich im Grunde praktisch ein bisschen kloppen. Da hoffe ich auf jeden Fall drauf. Und dann könnte es auch sein, dass Anbieter wie Ionity und EnBW dazu gezwungen werden, ihre Kilowattstundenpreise wieder zu senken. Das ist also die Hoffnung, die ich damit verbinde. Man muss natürlich abwarten, was daraus wird, wie lange es dauert. Ihr könnt ja unten nochmal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Haltet ihr es für eine gute Sache oder seid ihr Tesla-Fans und sagt, das geht ja gar nicht, dann muss ich mit meinem Tesla Model 3, Tesla Model S oder Model X oder Model Y mir die wertvolle Ladesäule mit einem Mustang Mach-E-Fahrer wie dem Schmidt teilen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist ja wohl obligatorisch. Das ist praktisch gesetzt.